Zusammengekommen, um von einer Liebe vor dem Unter... Fortschritt! Ich gehe kein Heim! Bis Weihnachten. Ja, hast du schon gesagt. Ich will Ihnen nichts vormachen, Sie müssen lernen, damit zu leben. Aber das müssen Sie nicht alleine schaffen. Hallo Alexander, das hier ist Vincent. Er wird für eine Weile hier wohnen. Wie bitte? Ich bin Marie. Darum hast du das zugenommen? Sie sieht so fett aus. Ich habe ein Auto. Wo willst du hin? Uns mehr. Okay. Das ist ja gar nicht euer Auto. Das gehört Frau Dr. Rose. Ich muss davon ausgehen, dass Sie meinen Wagen gestohlen haben. Was? Fortschritt, ist die Typen fast umgefahren. Hast du gerade Fortschritt zu mir gesagt? Das war sein Tourette, du Idiot. Nee, das habe ich schon so gemeint. Und jetzt überlegen wir, wo können die sein. Ich meine, die müssen was essen. Die Jungs zumindest. Die können überall sein. Nee, können sie nicht. Wieso nicht? Ja, weil es regnet. Was ist eigentlich in deiner Dose? Meine Mutter. Ich war einfach nur da und hier gerannt. Wir mussten ihn zu zweit losmachen. Versprichst du mir was? Isst du heute was? Wir kommen in die Hölle. 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 Wir kommen in die Hölle.